Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir füttern mal noch weiter ein paar Kühe, damit wir hier kleine Kälber bekommen. Du und du. Du und du. Du warst ja schon. So, wer will hier noch? So. 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 sehr schön läuft so jetzt musste ich mal schnell auf whatsapp antworten jetzt haben wir wieder genug zu futtern und nochmal die sonne geht wieder unter lohnt sich jetzt eigentlich nicht so richtig noch was zu starten ich bringe mir noch hallo ich bringe mir noch die weizenkörner weg und dann würde ich eigentlich gern mit dem bau eines neuen gebäudes anfangen mal wieder sobald wir das mit den lampen gleich noch erledigt haben so die sind nicht so sonderlich hell habe ich das hier für die lampen vielleicht kleben die auch einfach ein zu hoch das könnte sein das wäre natürlich doof wenn wir die jetzt noch einmal in kürzen müssten die lange lampen so klack klack ach ja das haben wir alles abgelegt hallo hier ist auch keiner drin gut gut interessant wäre eigentlich mal zu wissen ob die dann ob das licht trotzdem hier durch scheint hier oben verdammt aber die lava regt mich auf die müssen wir irgendwie weghauen so 30 reichen hoffentlich so ich hoffe das sieht jetzt nicht allzu schlimm aus so nö geht glaube ich hier brauchen wir auf jeden fall holz für zäune stöcke eichenholz mehr haben wird es nicht verdammt da würde ich mal gerne nur aber das geht nicht wie ich mir vorgestellt habe scheiße so und dann naja wenn man kein holz mehr müssen wir mal davon was glauben vier stück ich glaube das ok stein haben wir wahrscheinlich auch gelegt joe ich würde nämlich gerne noch ein bisschen was frei schaufeln dann 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 Das war's für heute. So, ich will hier wenigstens ein wenig frei rum haben beim Gebäude. So. So. Theoretisch müssten wir eigentlich auch mal anfangen mit dem Weg nach unten. Dazu brauchen wir aber definitiv wieder diese Halbsteinstufen. Und hier war auch schon wieder ein Enderman. Ne, überall fehlt Erde. Dieser Sack. So, 48 sollten erstmal reichen. Ich glaube, wir arbeiten uns schon mal hier runter. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ähm. Zack, zack. Ich muss mal jetzt Kies holen, damit ich das gleich sehe. Wie es aussieht. Verdammt. So, hier haben wir ein bisschen was. Da haben wir ein bisschen was. Ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht mehr... Na doch, ein bisschen. Ich dachte schon, wir haben gar nicht mehr so großen Vorkommen. Das ist jetzt eh noch ein bisschen was. Das ist jetzt eh noch ein bisschen problematisch, weil unten Stein und dann noch immer Kies. Ist auch ein bisschen eigentlich doof. Verdammt. Das war ja ganz schlau. Und irgendwie kann ich auch nicht ganz zählen, habe ich das Gefühl. Zu. Das war ja ganz schlau. Das war ja ganz schlau. Die Krang... Knack, klack, klack, klack. Da packen wir noch Erde drunter. das wollte ich nicht zeit für den folgenden spitze bedanke mich bis dann